Stell dir vor, du könntest deinen besten Freund mit frischen, selbstgekochten Mahlzeiten verwöhnen. Mit dem Cooker von Lucky Chef ist das ganz einfach. Wähle eines unserer Rezepte aus, gib die frischen Zutaten in den Lucky Chef Cooker und koche mit dem guten Gefühl, genau zu wissen, was im Napf deines Hundes landet. Lucky Chef – das Rezept für einen glücklichen Hund. Die Vergabe von Standplätzen auf dem Oktoberfest wird von der Stadt München ausgelobt nach einem kniffligen Punktesystem, zu dem sich Wirte und Schausteller bewerben müssen. Zu den Kriterien gehören unter anderem Konzept des Antragstellers, Gestaltung, Erscheinungsbild, innovative Ideen, die Größe des geplanten Betriebes, Hygiene, Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Außerdem wird unter anderem die Volksfest-Zugehörigkeit geprüft. Das heißt, Betriebe mit längerer Tradition haben größere Chancen. Manchmal wird das Punktesystem natürlich auch angezweifelt. Schließlich heißt es Hopp oder Topp. Einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Daher wird die Punktevergabe und das ganze System meistens sehr transparent gestaltet. Und dann sage ich dir, mü2017, Ger intuition, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.